Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video würde ich gerne kurz darauf eingehen, auf die Sachen, die das Pferd nicht essen sollte und die dem Pferd schaden. In Akademie Liberty Stallmanagement füttern wir den Pferden nur das, was in der Natur wächst und in der Form, wie es in der Natur vorkommt. Und dazu gehört natürlich gutes Heu, Kräuter, Obst, Gemüse, Minerale, die in der Natur vorkommen, in der Form nicht gemischt, nicht aufbereitet und mit anderen Stoffen versetzt. Also einfach das, was in der Natur vorkommen würde. Und das Heu ist so ein Thema, das vielen Pferdehalter große Schwierigkeiten macht, weil sie kaum noch gutes Heu bekommen. Bauer gehen ja immer mehr über Heulage, Silage machen und hier muss wirklich davon dringend gewarnt werden, dass das Pferd das nicht essen soll. Ich verlinke euch oben auch ein Video mit Dr. Fritz, das ich auf Aquitana gemacht habe, in dem sie auch von Heulage und Silage für die Pferde waren, sogar für die Kühe ist es nicht gut, geschweige für die Pferde. Wenn ihr euren Pferden viele, viele Krankheiten und Verschlechterungen der Gesundheit insgesamt ersparen möchtet, dann Finger weg von Heulage und Silage und schaut einfach, dass ihr gutes Heu bekommt, das staubfrei ist und das gut getrocknet ist, das gut riecht und frei von Pilzen ist, weil diese Pilze sind das, die wirklich sehr schwere Krankheiten hervorrufen, gerade Lungen schädigen und dann gibt man später sehr viel Geld aus, um das Pferd zu kurieren und ihm später zu therapieren und zu helfen, wo man vielleicht eben früher ein bisschen mehr Geld für gutes Heu ausgegeben hätte und dann sich das alles erspart hätte. Also hier Heulage, Silage gehören nicht ins Pferd, Finger weg davon, sucht lieber bei anderen Bauern, tut euch zusammen und bestellt eine größere Menge, wenn es sein muss, auch aus anderem Land, aber füttert euren Pferden das, was von Natur aus für sie gedacht ist und erspart euch viele, viele Sorgen und Geld damit. Weiter möchte ich gerne betonen, dass Hefen nicht ins Pferd gehören. Es gibt sehr viele Leute, die Chromhefe und solche Sachen den Menschen anpreisen für Hufre oder andere Sachen und hier ist wirklich sehr sehr wichtig, dass ihr davon gewarnt seid, es wird keine Hufre heilen oder bei der Hufre helfen. Das ist eine Sache, die nur mit einem guten korrekten, anatomisch korrekten Trimm geheilt werden kann und dementsprechende Therapie. Ansonsten helfen da keine Hefen und keine abgestorbene Zellen, die man dann dem Pferd praktisch gibt und damit nur Stoffwechsel von dem Pferd in dem Sinne belastet. Öl gehört nicht ins Pferd. Öl würde das Pferd in dem Sinne nie in der Natur so aufnehmen, das ist verarbeiteter, konzentrierter Stoff und es gehört nicht ins Pferd. Pferd kann das nicht mal verdauen. Das wird über Haut ausgeschieden, deswegen glänzen diese Pferde auch so unnatürlich, weil das Zeug wird ja dann von Körper irgendwo rausgebracht, weil der Körper damit überhaupt nichts anfangen kann. Öl bekommt das Pferd in seine Futterung durch Samen, in der Natur passiert das ja dadurch, also füttert lieber so etwas, anstatt solche konzentrierte, verarbeitete Nahrungsmittel zu geben. Stroh kann man für das Pferd auch nicht empfehlen, das hat kaum Nährstoffe. Hier sollte man dem Pferd immer Heu geben und Stroh ist in dem Sinne für die Pferde nicht geeignet. Das ist für die Verdauung nicht geeignet und das Pferd wird euch das auch zeigen, indem es immer Heu bevorzugen wird, außer es stärken vielleicht noch Körner drinnen in in dem Stroh, dann wird vielleicht das Pferd kleines bisschen davon essen und dann stehen lassen. Oder wenn das Heu schlecht ist, also das Heu muss ganz schlecht sein, dass das Pferd Stroh bevorzugen wird. Also hier kann ich euch auch nur raten, von allen diesen Sachen, von allen diesen verarbeiteten Sachen und Leckstein natürlich dementsprechend für Pferde, Kräutermischungen, Müsli, Pellets, alles gehört nicht ins Pferd. Alles was verarbeitet ist, ist totes Futter und die Pferde können es mit ihren eigentlich intakten Instinkten nicht mehr erkennen. Sie können nur das erkennen, was in der Natur vorkommt. Dann sind ihre Instinkte intakt und greifen, ansonsten nicht. So, ich hoffe, das hilft euch ein kleines bisschen weiter auf eurem Weg mit euren Pferden und ich wünsche euch das Beste mit euren vierbeinigen Freunden und bis zum nächsten Mal.